Wir waren hier bei der Fraktion der Piraten in Nordrhein-Westfalen mit drei juristischen Hochschullehrern und wissenschaftlichen Mitarbeitern, Doktoranden, Studenten und haben über die Landesverfassung in Nordrhein-Westfalen diskutiert. Und wir haben doch ziemlich einheitlich festgestellt, dass die an verschiedenen Punkten reformbedürftig ist, aber auch reformfähig wäre. Also es wäre was zu tun, um diese Verfassung auf einen modernen Stand zu bringen. Wir finden, oder ich finde, genau glaube ich wie meine Kolleginnen und Kollegen, dass es ein Format ist, das auf jeden Fall fortgesetzt werden sollte. Und es hat sich auch gezeigt, dass bei den Themen, die wir bearbeitet haben, mit Blick auf die Frage einer gehaltvollen Verfassungsreform durchaus Ergebnisse generiert worden sind, von denen wir hoffen, dass die Piraten sie in die weitere Diskussion hineintragen und von denen wir hoffen, dass andere Parteien die Ideen aufgreifen, die wir formuliert haben. Die Politikverdrossenheit von jungen Leuten konnte ich nicht entdecken. Wenn man dem Nachwuchs Raum gibt und deutlich macht, wir sind daran interessiert, was ihr zu sagen habt, dann haben sie auch etwas zu sagen. Und mein Eindruck war, die Piraten werden diese Gedanken aufgreifen, in den politischen Diskurs einbringen und sich dort hoffentlich Gehör verschaffen. Für uns hat sich vor allen Dingen gezeigt, die Wissenschaft ist in der Diskussion schon viel weiter als die Politik. Dieser Mut, Veränderungen wirklich herbeizuführen, der müsste in der Politik jetzt tatsächlich mal da sein. Denn es ist durchaus so, dass Lösungen vorhanden sind. Wir müssen nur mutig sein und sie umsetzen. Wir müssen uns kennenlernen. Untertitelung des ZDF, 2020